Malzheim, moin Freunde, früchten Unterhaltung. Heute mal in eigener Regie hier und zwar, wie viele in den Kommentaren schon geschrieben haben, ja, was ist eigentlich mit unserem Shop? Das haben wir uns auch mal gefragt, was ist eigentlich mit unserem Shop? Wir haben einen neuen Shop, wir haben einen neuen Partner, der das Ganze mit uns angehen möchte und das wollen wir euch heute ein wenig vorstellen. Wir fangen mal an mit einer Kleinigkeit. Das ist jetzt ein kleines Gebinde übrigens. Und zwar gibt es bei uns im Shop unseren eigenen Fussel. Das ist einmal Creamy Öl und einmal, wie heißt das einfach? Nee, T16 Super Plus. So, diese beiden kamen eigentlich so als Favorite. Dies ist mehr so ein bisschen für den Naschi-Naschi, also für den kleinen Kaffee nebenbei. Für die süßen Zuckermäuse. Genau, für die süßen Zuckermäuse. Ja, und das ist eher so, das kann man natürlich auch so trinken oder zu mischen. Das hat 25 Prozent. Cranberry. Schmeckt übrigens super mit Cola, habe ich mal gehört. Zufällig. Zufälle gibt es. Auf lüterweise. Das Coole daran ist, es ist ja einfach eine Öldose. Nein, die wurden vorher sauber gemacht. Das sind super Geschenke. Es gibt auch super coole Ausgießer bei. Okay, hier. Kann man einfach, eigentlich jeder kennt es, wer schon mal Getriebeöl aufgefüllt hat oder so. Oh, das war ich gerade. Ausziehen und dann könnte man das eigentlich jetzt schön ins Getriebe füllen. Weil die ist jetzt mit der Leihverkostung. Aber zufällige, oh. Aber die sind ein bisschen klein, nicht? Ein Stück möchtest du schon trinken. Guck, wie man sieht, das ist prima. Damit kriegt man das auf jeden Fall mal ohne Plören hin. Ich habe auch mal gehört, wenn man ein paar mehr auf hat, kriegt man das auch noch hin. Aber das ist denn gesagt. Irgendwelche Erfahrungen. Nicht gesagt, aber ich glaube, wir haben... Das könnte ich mir vorstellen. Aber klar, ihr habt vollste, ne? Ist so. Ja, nu. Ja, kleines Käffchen. Prost. Stell dich noch nicht so weit weg, glaube ich. Da könnte noch wo einer folgen. Vielleicht müssen wir die Szene ja nochmal drehen, wenn die nichts geworden ist. Das könnte natürlich passieren. Oh, die Belichtung war nicht so cool. Das soll es natürlich noch nicht gewesen sein mit unserem Schnaps. Sondern auch, wie die meisten von euch wissen, hatten wir natürlich auch immer T-Shirts an Bord. So, wie man sieht, das Ganze ist alles schön strapazierfähig. Das Ganze ist Bio-Baumwolle. Natürlich musste unser Dreieck definitiv drauf. Der Druck ist auch sehr, sehr gut auf dieser Bio-Baumwolle. Haftet sehr gut. Soll auch nach dem Waschen noch lange, lange drauf bestehen bleiben. Dann haben wir natürlich noch geändert, dass wir innen drin, ganz wichtig, nochmal unser Logo drin haben. Dann mit einer kleinen Waschanleitung. Kleiner Ratgeber ist auch noch dabei. Falls man nicht weiß, wie man es waschen soll, einfach Mutti fragen. Ist klar, ne? Ja, wie gesagt, hier hatten wir dann jetzt endlich normale Leute haben wir. uns ausgekramt. Dann haben wir uns das noch rausgekramt. Ich habe es gerade gesagt, sabbel nicht das Geid. Die einen oder anderen kennt es natürlich von unseren Zollstücken. Müssen wir natürlich auch schauen, was wir da noch alles umgesetzt kriegen. Ob es dann natürlich auch noch mehr gibt. Pullover sind auch in der Mache. Allerdings noch nicht ganz fertig geworden bis dahin. Jetzt geht es hier schon los. Malheur der Woche. Wir haben jetzt den Kühler wo gebaut. Hier auch nochmal 100% dumm Tüch. Das Ganze ist natürlich auch in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Ich weiß gar nicht, farbentechnisch haben wir bis dato nur schwarz umgesetzt. Kann sich natürlich alles noch ändern. Wie gesagt, der Shop geht erst einmal online mit unserem neuen Merch. Kommen wir dann zu unserem ersten und letzten quasi. Ne, lass mal richtig um den Tüch machen. Natürlich auch ganz nice. Wie gesagt, die T-Shirts fallen ein wenig kleiner aus, wie sie angegeben werden. Allerdings das Schöne bei den T-Shirts ist, jeder kennt es oder jeder möchte es auch vielleicht nicht kennen von seinem Kollegen. Dass er sich bückt und dauerhaft sein zartes Rehlein-Ärschchen da rausguckt. Deswegen einen Tacken länger. Deswegen sitzt das eigentlich auch mal schön über der Hose, da wo es hingehört. Darauf haben wir geachtet. Ja. Ja, Mützen wie gesagt haben wir auch in der Bearbeitung. Sind allerdings leider noch nicht fertig. Und dieses Mal kann man vielleicht noch sagen, wir haben jetzt nicht mehr so viele Lieferzeiten. Vorher war das ja alles per Vorbestellung. Jetzt sind das ganz normale Lieferzeiten. Denkt mal irgendwie drei Tage, drei bis vier Tage. Wird das jetzt sein. Also man braucht nicht mehr ewig auf seine Sachen warten. Ja, jetzt haben wir natürlich einiges gezeigt von unserem neuen Merch. Vielleicht hat der eine oder andere nochmal eine Anregung und schreibt es dann in die Kommentare, ob wir vielleicht auch wieder sogar unseren Workwear Drop quasi rausbringen sollen. Das hieße Arbeitsjacken, dicke Arbeitspullover mit relativ hohem Baumwollanteil. Das ist auch bei brenzlichen Situationen ganz bleibt. Was wir jetzt ganz vergessen haben in der ganzen Euphorie. Hallo? Weiß mal nicht hier. Jetzt haben wir auch Sticker vorrätig. Das heißt, ich kann sie leider noch nicht in echt zeigen, aber ich habe hier so ein smartes Bild. Ah ja. Da nochmal die Vorstellung für unsere Sticker. Sie sehen auch schon mal sehr geil aus. Material ist quasi, oder die Farbe quasi, ist genauso wie auf den T-Shirts. Soll natürlich immer ins Auge fallen. So, jetzt wollt ihr natürlich auch noch wissen, wo kriege ich den ganzen Kram. Ganz einfach, schaut bei www.dummtuch-shop.de vorbei. Dort gibt es den ganzen Shit von uns. Das Ganze ist ab 60 Euro Versandkosten frei für euch. Was man auch vielleicht nochmal erwähnen sollte, dieses leckere Gesöff. Wo steht denn das? Irgendwo steht das auch, glaube ich. Wo steht das? Don't drink and drive. Das ist totaler Quatsch. Da, nicht den Motoren schütten. Also das ist kein Öl. Wir könnten das vielleicht mal ausprobieren, damit ihr seht, was passiert. Aber eigentlich ist es auch wieder zu schade. Komm, jetzt reicht es auch noch erstmal hier. Ein bisschen Fahrt hier. Gegen die Schüchternheit. Was wäre das Ganze ohne Bier? Achso, da kann man ja noch keine Zeit zu halten. Nehmen leer gezogen. Oh ja. Wer kennt nicht das Problem? So eine Bierlänge ist zwar schön und gut. 5, 6 Bierlängen sind auch schön und gut. Aber irgendwas fehlt ja eigentlich immer. Irgendwann. Und so als Handwerker, das fällt gar nicht auf, wenn man so ein Handschuhfach hat. Am besten sind die, die gekühlt sind. Also. Wo kommt denn der her? Jetzt ist es eng. Jetzt ist es eng. Wackel, wackel. Ja. Ja. Zum Bier braucht man ab und zu wieder einen munter machen. Prost. So gut, ey. Könnte ich auch morgens noch eben ins Müsi kippen, Leute. Einen Kaffee. Einen Kellogs, ey. Einen Kaffee, oder? Anstatt Milch. Ja. Eine warme Schokolade. Eine warme Schokolade mit Schuss. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Solltet ihr auf jeden Fall mal probiert haben. Wenn es euch dann nicht schmeckt, dann halt nicht. Aber wem es schmeckt, der ist vernünftig. Das Ganze gibt es erstmal nur als halbe Liter. Und wenn es dann wirklich top läuft oder viele das wollen, dann gibt es auch nochmal verschiedene Gebinde. In ganz kleinen, in Liter. So eben. Also eigentlich ist das für unterwegs. Du als Flachmann gehst ja noch durch. Gibt es auch ein 200 Liter Fass im Gewerkschnack. Doch nicht. Also ein 5 Liter Kanister wäre cool. Na, auf jeden Fall gibt es dann auch noch 1 Liter und 0,2 Cl. 0,02 Liter, oder? 20 Milliliter. Du, die kleinen Trink ich selten. Da wäre ich nicht so voll von. Ja, so viel zu unserem neuen Shop. Wir schreiben es natürlich nochmal irgendwo rein. Unseren Link zur Not unten in die Infobox. Schaut vorbei. Kauf fleißig. Wie gesagt, aufgepasst. Weihnachten steht vor der Tür. Schau, ne? Richtig. Ciao. Oh, munter bleiben.